Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tele-Aunt, heute bin ich wieder für euch in der WFN unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen und ja, ich war letzte Woche eigentlich recht fleißig, würde ich sagen. Hab den Vault bei meinem Main und bei einigen Twings aufgefüllt und zwar hab ich 8 Chars. Mit den Twings hab ich jeweils 8 Delves gemacht, 8 Achter-Delves. Und ja, mit Main war ich auch im M+, beziehungsweise im Raid unterwegs. Diesmal wollte ich eigentlich keinen HC-Raid machen, hab ihn auch nicht gemacht, sondern hab wohl im Mythic-Raid ausgeholfen und zumindest ein Mythic-Slot müsste ich haben. Und im M+, hab ich alle 8, ich hab glaube ich sogar 9 10er-Keys gemacht, oder glaube ich sogar auch ein 11er. Und ja, da müssten wir auf jeden Fall einiges an 6 23er-Gear-Items haben. Ich hoffe, es ist was Gutes dabei. Halt, warte mal, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ne, ich mach hier auf Wildheit. Und dann schauen wir mal, was wir drin haben. Vielleicht ist ein gutes Trinket drin oder ein Tearset-Teil. Okay. Ich muss es eigentlich nehmen, oder? Das ist das Biss-Trinket. Lass mal gucken. Also aus dem Raid hab ich Handgelenke, Tempo Mastery, nice to have. Ist aber jetzt, haut mich nicht vom Socken. Das ist das Biss-Trinket, oder? Jetzt bin ich gerade überlegen, ist das, was ich anhabe? Ja, also das muss ich eigentlich nehmen. Dann haben wir ein weiteres Trinket, was so im Mittelfeld ist. Und wir haben die Tier-Z-Brust. Die wär halt theoretisch auch gut. Aber ich glaube, es schlägt mich jeder, wenn ich nicht das Trinket nehme. Das Zeug da unten brauchen wir uns eigentlich fast gar nicht mehr anschauen. Einen Kopf mit einem Sockel ist eigentlich nicht schlecht. Dann einen Rücken mit guten Stats. Und einen Ring. Uh, das ist ein ziemlich guter Ring, muss ich sagen, von den Stats her. Aber er ist halt nur auf diesem Heldentrack. Also, ich muss eigentlich eins von denen nehmen, weil die auf dem Mythos-Track sind. Und ja, also, ich denke mal, das hier werden wir nehmen. Jetzt gucke ich nochmal zur Sicherheit. Nett, dass sich irgendwas geändert hat bei Bloodmode rein. Ich denke mal, Simmen machen wir jetzt nicht. Aber, ja, wenn ich jetzt gucke, das hier ist beim Single-Target ziemlich weit oben. Und im Multi-Target auch. Auch, also es ist ein zweiter Stelle. Wobei, das Trinket habe ich auch. Und ich habe es ein paar Mal durchgesimt. Und das simt nicht gut. Das Ding simt ziemlich gut. Ich weiß jetzt auch nicht. Naja, wir nehmen es auf jeden Fall. Ich denke mal, ähm, da machen wir nichts falsch mit. Und das können wir dann auch gleich das ein oder andere Mal aufwerten. Ich habe es eh noch an, ne? Aber halt, glaube ich, noch aus dem M0 war das, ne? Das war noch Pre-Season. Also es ist jetzt ein gutes Stück höher. Und dann würde ich sagen, graden wir es noch ab. Ich kann theoretisch mir sogar auch noch was craften lassen. Halt, ich bin im falschen Häuschen. Da müssen wir hin. Also, da bin ich schon ziemlich zufrieden mit. Besser wäre jetzt vielleicht noch die Waffe gewesen. Aber das Trinket ist schon ziemlich big. So, dann graden wir das mal noch ab hier. Auf 6.32 kann ich es zumindest machen. Höher ist es jetzt aktuell noch nicht drin, weil mir noch ein paar Marken fehlen. Und ja, jetzt muss ich mal schauen. Jetzt sind wir auf 6.20. Und ich kann mir jetzt noch über den Funken ein Item craften. Und wahrscheinlich werden wir einmal den Hals in Angriff nehmen. Da habe ich noch ein PvP-Item an, was recht low ist, was ich auch nicht upgraden kann. Ich habe jetzt letzte Woche hier die Marken auch nicht ganz aufgefüllt. Heißt, da haben wir über 100, die ich holen kann. Dann kann ich vielleicht jetzt auch noch hier die zwei Slots upgraden und das hier über den Funken holen. Ich glaube mal, dann können wir die ganzen Low Slots so ein bisschen rausbringen. Genau, das ist jetzt soweit zum Main. Ach, ich kann euch noch meinen M-Plus-Progress zeigen. Ich habe jetzt drei Keys quasi in Time. Und die anderen, die müssen wir jetzt die Tage mal in Angriff nehmen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir noch auf die Twings. Und dann, ja, gucken wir mal, was die so nett ist im Vault haben. Als nächstes haben wir dann meinen Hexenmeister. Und mit dem war ich, wie gesagt, relativ viele Delves. Ich habe mit allen Twings halt acht Delves gemacht. Ich glaube, letzte Woche war ich in 64 Delves. Da war ja auch Delve-Woche. Und dementsprechend hat man da ein bisschen mehr EP für Branden bekommen. Was nicht so verkehrt ist. Okay, ich hätte eine Hose. Die hat aber halt kein Set drauf, ne? Dann hätte ich Schuhe. Die habe ich schon. Und ich hätte eine Waffe. Ja, ich glaube, das ist ein ziemlicher No-Brainer. Wir nehmen die Waffe. Das ist sogar die komplett gleiche, die ich habe. Und meine Twings habe ich auch nicht verzaubert. Also wir müssen sogar nicht mal was verzetten. Dann nehmen wir wohl die Waffe. Also das ist eine klare Angelegenheit. So, okay. Schade. Weil natürlich ist dann auch kein T-Mog dabei. Aber was wirst du machen? Gut, dann ist der Hexer schon mal abgefrühstückt. Der ist jetzt bei 608. Und wie gesagt, mit dem mache ich eigentlich nur Delves. Für das Achievement, dass man da irgendwann mal 500 mit dem Schlüssel machen muss. Als nächstes haben wir jetzt meinen Hunter. Und mit dem war ich auch ein paar Delves unterwegs. Ich habe mit dem 607 halt alles mögliche an Delve-Gear quasi. Und jetzt gucken wir mal, was wir Schickes drin haben. Die Schusswaffe wäre tatsächlich gut. Denn die brauche ich auch noch für T-Mog. Und naja, es wäre auch das größte Upgrade für den Char. Und was haben wir drin? Wir haben zwei Trinkets. Und Handgelenke. Wisst ihr was? Das Ding Simmer. Also ist jetzt super wichtig, was ich mit dem Hunter mache. Aber wenn man schon mal hier ein 616er-Item mit dem Twin kriegt, ne? Gucken wir einfach mal. So, Udala. Ich habe das jetzt durchgesimt. Und er sagt mir hier Great Vault. Nur diese Kerze. Die scheint am besten zu sein. Und die soll ich hier mit dem anderen Trinket zusammen anziehen. Wie so. Sieht aus wie so eine Wunderlampe tatsächlich. Juti. Dann würde ich sagen, machen wir das auch. Nehmen wir die Kerze. Und ja. Gut. Ich hätte jetzt auch noch die Handgelenke vergleichen können. Aber ich glaube mal, Trinkets ist schon immer so das Beste, was du haben kannst. Ach, die hatte ich sogar schon an. Ah. Ja gut. Egal. Die hatte ich anscheinend schon angehabt. Ja. Sonst brauche ich eigentlich mit dem nichts machen. Ich habe noch ein paar Marken. Aber die wollte ich dann fürs T-Mock-Upgraden benutzen. Gut. Dann sind wir eigentlich mit dem auch fertig. Als nächstes habe ich dann meinen Worry. Und auch mit dem war ich, wie gesagt, in den Dells unterwegs. Der ist bei 608. Und ja. Mal gucken, was er rauszieht. Hm. Ja. Waffe wäre nicht schlecht. Oder Set. Zweimal ein Umhang. Ähm. Naja. Umhang Nummer 1. Und Umhang Nummer 2. Und eine Waffe. Eine einhändige. Ja. Uh. Die hat sogar Tertiär-Stat noch mit dabei. Komm. Wir nehmen die Waffe. Ich denke mal, das wird das Beste sein. Ja. Ich könnte jetzt hier auch simmen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die Waffe einfach vom Item-Level am meisten ausmachen dürfte. Gut. Machen wir es kurz und schmerzlos. Die hatte ich aber leider auch schon vom T-Mock. Der nächste Char ist dann mein Priest. Der hat auch ähnliches Gear. Wobei der ist noch ein bisschen lower. So viel hatte ich mit dem noch nicht gemacht. Dem fehlen noch Schuhe. Ein Hals. Eine Brust. Also da ist nur noch ein paar Slots, die ein bisschen Upgrade bedürfen. Aber zumindest hat er schon mal einen 4er-Set-Bonus. Gut. Gucken wir mal, ob wir eins von den Teilen drin haben. Wäre doch gut. Die Brust wäre am besten. Ha. Ja. Das ist natürlich blöd. Wir haben zweimal einen Ring drin. Und eine Waffe. Das ist eine einhändige. Und ich habe schon eine einhändige. Ja. Dann werden wir auch hier die Waffe nehmen. Da kriegen wir die meisten Stats raus. Oder ich nehme den Hals, weil ich den noch am Lowsten habe. Hm. Hm. Ist halt die Frage. Ja. Das wird. Aber ich glaube, ich kriege eh in den Dels noch einen Hals. Ich nehme lieber die Waffe. Ich denke mal, das macht am meisten Sinn. So. Dann wäre der ja auch soweit versorgt. Dann hoffen wir halt, dass wir eine Brust, eine Schuhe und einen Hals noch irgendwo in den Dels kriegen. Muss ja die Woche auch wieder ein paar laufen. Schauen wir mal. Ja. Seht ihr euch? Ich habe 13 Keys. Ich kann auch wieder 8 machen mit dem. Dann gucken wir mal. So. Dann haben wir als nächstes den Dekar. Der ist schon auf 609. Das ist von den Twinks. Eine der besser Equipten, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, der würde noch ein Z-Teil brauchen, ne? Also mal gucken. Was wäre eigentlich am besten? Gut, Trinkets müsste man halt schauen, ne? Was da bei dem gut skaliert. Oh. Er hat eine Stangenwaffe mit einem Proc-Effekt drauf. Das ist die aus Stadt der Fäden. Es ist ein Zuckendrop anstatt der Fäden. Wird, dass die kein Mainstead drauf hat. Boah, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das wert ist. Angelegt, eure Nahkampfangriffe und Fähigkeiten haben eine Chance, das Blut eures Gegners zu besudeln und im Verlauf von 10 Sekunden 300.000 Naturschaden zu verursachen. Weitere Infektionen überschneiden sich. Okay, also das deckt immer weiter hoch. Wenn ein vom Besudeln betroffenes Ziel stirbt, wird das verbleibende Gift entzogen und die Klinge zurückgeführt, wodurch ihr nächster Nahkampf am Griff 151.000 zusätzlich Naturschaden verursacht. Also wenn, dann ist das Ding total krass oder es ist kacke, weil es kein Mainstead hat. Da weiß ich jetzt, das weiß ich jetzt noch nicht so hundertprozentig. Ich würde sagen, das simme ich auch kurz einmal durch. Ähm, ich meine aber, ich habe bei meinem Guardian das auch auf, ich glaube das war sogar die Zweitbestwaffe, also eigentlich müsste die ziemlich gut sein. So, ich habe den durchgesimt. Also ich mache über Dungeon Slice, ne, also nicht Single Targets, sondern halt. Irgendmal Dungeon Slice wird im Delft schon hinkommen. Also die Waffe soll ich anscheinend nehmen. Die ist ein gutes Upgrade und ich soll anscheinend andere Trinkets anziehen, ne. Als ich, äh, als die, die ich gerade anhabe, so wie es aussieht. Ähm, jetzt schauen wir mal. Also dann nehmen wir das Trinket schon mal nicht. Das ist ein gutes Stück schlechter, so wie es aussieht. Und Ich packe mir die Waffe hier ein. So. Bisschen ist, finde ich es trotzdem komisch ohne Mainstead, aber anscheinend reißt die trotzdem was. Und dann, ähm, heißt es noch, ich soll quasi das Ding hier nehmen. Ein Use Trinket? Ne, es ist ein Proc Trinket. Aber das hier ist ein Use-Ding, ne. Das soll ich vielleicht auch mal ein bisschen öfter benutzen, ne. So. Das graden wir noch ab und dann würde ich sagen, gehen wir auf den nächsten Charm. Und dann sieht das mit dem Item-Level schon gar nicht schlecht aus. Warte mal, ich könnte die Waffe... Aha. Könnte ich jetzt hier sogar noch um eine Stufe erhöhen. Na, nicht verkehrt. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Dann hab ich jetzt hier noch mal einen Hexenmeister. Und ja, mit dem war ich auch bis jetzt in Dels unterwegs. Den hab ich noch nicht so lange auf Max-Level. Der könnte noch Schultern brauchen. Und was kriegt der? Einen Kopf, eine Hose und einen Hals. Hals hat sogar Tertiastat noch. Mit drauf Vermeidung. Schauen wir mal. Kopf, habe ich schon 616 Hose. Mhm. Und einmal hier den Hals. Ja, wir nehmen die Hose, das mit Z und so. Das macht schon am meisten Sinn, denke ich. Das macht am meisten Sinn. Schade, die Schultern wären halt auch nicht schlecht gewesen, ne. Wenn die drin gewesen wären. Aber gut. Es sind noch ein paar Slots, die jetzt nicht auf 606 sind. Naja, die kriege ich die Woche schon, denke ich mal, in den Dels. Ein paar Keys hat er ja wahrscheinlich, oder? Fünf. Naja, dann machen wir zumindest vier die Woche. Gut. Z hat er ja keins, oder? Also ein Bonus. Hm, nee. Aber ich hab die Katalysator-Charges noch. Mit dem hau ich die mal nett raus. Weil eventuell brauche ich ja auch ein paar für PvP. Und da muss man ein bisschen gucken. Gut, dann gucken wir mal noch weiter. So, dann hab ich jetzt hier noch einen Schamanen. Den hab ich erst am Ende der letzten ID quasi auf Max-Level gespielt. Ähm, mit dem war ich auch keine Delft. Der hat so Open-World-Stuff. Mal gucken. Jetzt schauen wir mal, was da an Item-Level drin ist. Beziehungsweise. Ähm. Ach nee, Dungeons hat der. Okay, interesting. Ach, wahrscheinlich, weil ich über ein paar Time-Walker auch gelevelt hatte, ne. Ah ja, interessant. Das ist sogar besser. Aus Nebel von Tirasgit. Ja, nehmen wir das doch. Hat er ein Ticken höheres Item-Level mit dem Ding. Ich dachte jetzt, dass ich irgendwie ein paar World-Quests oder irgendwas mitgenommen hatte. Aber es war es anscheinend gar nicht. Ah ja, gut, interessant. Dann haben wir jetzt noch die letzten Schar. Und zwar den Magier. Den hab ich sogar... Naja, gut. Das Temok ist nicht mehr komplett, weil ich die Handschuhe ausgewechselt hab. Aber zumindest so halbwegs ist er Temok. Gut, mit dem waren wir auch in ein paar Dells unterwegs. Und dazu haben wir auch ein paar Marken noch rumliegen, sehe ich gerade. Ja, gut. Jetzt gucken wir erstmal rein, was wir haben. Was könnte ich denn gebrauchen? Eigentlich noch ein Set-Teil, ne. Set-Teil wäre gut. Also wir haben einmal Schuhe, die wären besser. Dann haben wir eine Waffe. Umwandeln kann, wo ich vielleicht noch ein Temok kriegen würde. und ein Trinket. Hm. Da kannst du... Ich hab das schon mal mit dem Main gemacht. Die Waffe kannst du an einem bestimmten Ort... Das war so ein Turm, glaube ich, in Ashka-Hat. Umwandeln. Und dann kriegst du... Kriegst du eine andere Waffe raus. Hm. Das ist jetzt eine Schülternd... Komm, das machen wir doch mal. Was hab ich denn? Ich hab jetzt... Na gut, ich hab einen Stab. Also Upgrade-technisch ist das kacke, aber für das Temok wär's, glaube ich, gut. Also wir nehmen das mal und hoffen, dass ich das richtige Item rauskriege. Das Back-Umstellen bringt ja eh nix. Beim Magier, weil der ja nur Ins-Sachen kriegen kann. Und dann schauen wir uns das einfach mal an. So, dann sind wir jetzt in Ashka-Hat auf hier den Koordinaten 64, 74. Also falls ihr da auch mal so ein Item habt. Und in diesem Turm kann man das Ding anscheinend umwandeln. Und ich hatte das mit dem Main auch schon mal aus dem Delft gekriegt, so ein Teil. Und mein All-The-Things zeigt, eigentlich kann er noch ein Thema rauskriegen. Mal gucken, ob ich das Item dann bekomme. Ne, ich hab irgendwas anderes gekriegt. Ich hab nen Dolch bekommen. Ah, okay. Also ich versteh's. Das ist quasi ne... ne... quasi ne Schildhand. Und wenn ich's einsetze, dann krieg ich noch ne zweite Waffe. Und das ist jetzt hier der Dolch. Der hat jetzt auch so... Ah, er hat keine Sekundär-Stats. Seht ihr das? Er hat zwar Main-Stats, aber hier dann noch ein Proc-Effekt drauf. Okay. Naja, mal gucken. Könnte natürlich auch sein, dass diese 66%, die jetzt oben stehen... Ah ne, das ist nicht fürs Upgraden. Das ist tatsächlich... Ja, der Hammer, den kriegt wahrscheinlich irgendeine andere Klasse raus. Naja, muss ich mal gucken. Vielleicht hab ich mal mit nem... mit nem anderen Schauh auch nochmal Lack, dass ich das Ding krieg. Gut, dann, ähm... ist es jetzt aber gar nicht so schlecht, weil ich jetzt sowohl ne, ähm... sowohl ne Schildhand als auch ne Einhand-Waffe hab, die auf dem Herro-Track ist. Und... Oder, warte mal, ist das Herro? Ja, müsste... Hält, genau. Und... Ja. Gut, dann sind wir durch mit dem ganzen, ähm... Volt. Habt mich gefällt, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tjola. Bis dahin. Ciao.